Kette hier auf die Prudermark, wo die ganzen Schwien betragen arbeiten. Und da sind wir dann auf dem Kran. Alles klar, da gehen wir mal los. Warum heißt der Buttermarkt? Richtig! Was haben Sie hier aus der Butter noch verkauft? Milch! Fleisch! Das ist ein Preis wert! Warte! Du wusstest, dass es hier Fleisch gab. Das weiß ich sonst keiner. Alles was es vom Tier gab, haben Sie hier verkauft. Der Hauptmarkt, oben war der Holzmarkt, weil wir haben die Bauern, das ist im Thüringer Wald, der Holzvergager. Und unten, der Neumarkt und die Kirchen ist, war der Kornmarkt. Da gab's Schnaps! Ja bestimmt auch, aber eigentlich alles was man aus Getreide sonst noch gemacht hat. Also Schnaps! Auf! Du! Dumptitz! Unzuput! Tiefdeckel! Netscher! Nicht verwechseln mit Nackenpügel! Nein, nicht Nackenpügel, die haben schon was an. Und dann brennt hier Feuer und auf der Bühne ist Musik. Und in eine Feuershow, da können wir alle wieder kommen. Wir hoffen bis dahin und geht schönes Abendessen. Und sonst wird es... Rogen pünkt 10 Uhr! Rogen pünktlich! Rogen pünktlich! Rogen pünktlich! Rogen pünktlich! Rogen pünktlich! Gibt's die nächste Stadtführer und dann gucken wir uns noch viele mehr Spieler dabei an. Ja gut! In dem Sinne sagen wir, schönen Abend noch aus dem Himmel. Wiedersehen! Applaus